Ja, ich freue mich natürlich riesig, Sie hier im Namen des Arbeitskreises des Studiums Universale begrüßen zu dürfen, vor allen Dingen, dass sich unsere Säle doch in den letzten Jahren wieder deutlich gefüllt haben und wir offensichtlich ihr Interesse wecken mit unseren Themen. Das Thema in diesem Jahr ist Leben im Umbruch. Natürlich bereiten wir, wenn wir solche Themen uns überlegen, für eine Ringvorlesung, die schon viele Monate im Voraus vor und haben dann meistens immer erst mal so einen Arbeitstitel und der Arbeitstitel diesmal war Transformation. Wir hatten gedacht, wir haben ja jetzt schon über Nachhaltigkeit hier berichtet, über Klima im Wandel und ähnliche aktuelle Themen. Das ist ja noch sehr viel mehr gibt, was sich momentan in unserer Welt verändert zum Guten, aber man hat oft den Eindruck, es wird alles irgendwie schlimmer. Und da haben wir uns überlegt, naja, wir müssen mal schauen, ob wir nicht eine Reihe zusammenkriegen, wo wir ein paar Themen aufnehmen, die die Menschen bewegt und für die wir interessante Referenten und Referentinnen finden. Da war das Thema Transformation eben am Anfang. Und als wir dann begonnen haben, haben wir festgestellt, dass direkt unsere zweite Veranstaltung hier im Studio Universale zusammentrifft mit einer Veranstaltung, einem Wissenschaftsfestival Club 23 und wir fanden den Titel Leben im Umbruch so klasse, dass wir den gleich gekabert haben und auch gemeinsam mit den Verantwortlichen für diese Veranstaltung etwas gemeinsam vornehmen. Sie sehen das, das findet bereits nächste Woche statt, dieses Festival. Und wir werden im Rahmen des Festivals in Zusammenarbeit mit dem Studio Universale eine Filmvorführung machen, gleiche Uhrzeit wie immer, Mittwoch 19 Uhr. Einziger Unterschied wird sein, dass wir die Veranstaltung im Paulinum nebenan stattfinden lassen. Und unser erster Referent heute, den ich hiermit jetzt offiziell begrüße, Herrn Professor Matthias Midell, der ist vielen von Ihnen sicherlich bekannt. Zum einen ist er Ihnen bekannt als Prorektor dieser Universität. Er ist hier, nachdem Frau Obergefell Rektorin geworden ist, ins Prorektorat gegangen und ist dort zuständig für Campusentwicklung, Kooperation und Internationalisierung. Er ist natürlich auch Professor an der Universität, nämlich Professor für Kulturgeschichte. Er ist Sprecher des SFB 1199 ist das, glaube ich. Und vor allen Dingen hier in diesem Kontext Sprecher des Leipzig Research Centers for Global Dynamics. Wenn ich jetzt den wirklich hochinteressanten Lebenslauf von Himidell wiedergeben würde, seine Publikationen, wo er überall schon tätig war, dann brauche ich wahrscheinlich den Rest des Abends. Deswegen beschränke ich mich auf den interessanten Aspekt, zumindest ich fand ihn interessant, dass er ja wirklich schon sehr lange an dieser Alma Mater war. Es war nicht immer durchgängig, aber doch relativ durchgängig. Er hat nämlich hier schon 1981 mit dem Studium der Geschichtswissenschaften begonnen und hat dann zwischen 86 und 89 ein Forschungsstudium im Bereich allgemeine Geschichte der Neuzeit gemacht. Damals noch Karl-Marx-Universität und in dem Falle eine Zusammenarbeit mit der Al-Obenossov-Universität in Moskau, wo ich auch heute noch immer geschätzte Kollegen habe, mit denen man leider nicht mehr so richtig gut zusammenarbeiten können. Herr Midell hat dann 1989 promoviert zur Geschichte der Gegenrevolution in Frankreich 1789 bis 1792, wie zu erwarten mit Summa Cum Laude, abgeschlossen und sich schließlich im Jahr 2002 habilitiert. Ich sagte bereits, es sieht jetzt aus, als wenn das so ein kontinuierlicher Leipzig-Prozess gewesen wäre, dem ist allerdings nicht der Fall. Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Aufenthalten und auch Gastprofessuren auch schon während der Habilitation. Da ist vor allen Dingen verschiedene Universitäten in Frankreich, unter anderem Paris zu nennen, in den USA, in Indien und Äthiopien, nehme ich mal an, sind sie auch gewesen, zumindest über die Kooperation so lange, dass sie wahrscheinlich auch viel Zeit dort verbracht haben. Ich freue mich sehr, dass wir sie heute hier zu Gast haben mit dem Thema, was kommt nach der Globalisierung und öffne Ihnen das Podium damit. Gut, ja, herzlichen Dank für die freundliche Aufklärung der Frage, die einem öfter gestellt wird, wo kommen Sie eigentlich her, kommen Sie wirklich von hier? Ja, ich komme wirklich von hier. Und dann lassen Sie mich mit einer Anekdote beginnen, vielleicht zur Überbrückung. Es gibt ja dieses berühmte akademische Viertel und ich habe versucht, dem mal nachzuspüren, wo diese Idee eigentlich herkommt. Die gibt es nämlich nur in Deutschland und in Norwegen. Warum in Norwegen, kann ich nicht aufklären, aber es gibt zwei Mythen. Der erste Mythos ist, dass die Professoren in der frühen Neuzeit in dieser ersten Viertelstunde die Gebühren für die Vorlesung eingesammelt hätten. Das müssen Sie heute nicht befürchten. Oder zweitens, dass sie in dieser ersten Viertelstunde zusammengefasst hätten, was sie in der vorigen Vorlesung gesagt haben, für die, die gefehlt haben, so dass die, die das letzte Mal da waren, eine Viertelstunde später kommen konnten. Das scheint mir eine ziemlich plausible Erklärung, aber die fällt natürlich hier auch aus, weil das die Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen Zyklus ist. Also habe ich eine dritte Version gewählt. Sie bekommen jetzt einen Werbeblock in den ersten Minuten. Und zwar möchte ich Ihnen ganz kurz dieses Wissenschaftsfestival vorstellen, mit dem diese Reihe des Studium Universale dieses Jahr in ganz enger Partnerschaft stattfindet. Und ich tue das nicht einfach nur als Werbeblock, sondern ich möchte anschließend auch didaktisch auf das zurückgreifen, was in diesem Festival passiert. Dies ist ein Festival, das es seit drei Jahren gibt und wir hatten zunächst Titel wie Climate Solidarities. Und dann hat der Geldgeber, das BMBF, gesagt, also das funktioniert überhaupt nicht, wenn ihr englische Titel wählt oder lateinische Vokabeln wie Transformationen. Ihr braucht einen deutschen Titel und dann zieht das das Publikum. Deswegen heißt es dieses Jahr Leben im Umbruch. Und wir müssen natürlich mal sehen, ob das so funktioniert, wie das BMBF sich das vorstellt. Worum geht es dabei? Natürlich um die Zeitdiagnose dramatischer Umbrüche. Nun kann ich Ihnen als Historiker sagen, dass relativ viele Leute das Gefühl hatten, in Zeiten dramatischer Umbrüche zu leben. Aber das beruhigt natürlich überhaupt nicht. Und deswegen müssen die ja thematisiert werden, indem wir zum Beispiel in so einem Festival versuchen, künstlerische Bewältigungen, politische Bewältigungen, akademische Bewältigungen dieser Krisenannahme-Krisenerfahrung abzubilden. Und Sie sehen, dass es dabei eben ganz viel um Formate geht, die nicht mit den normalen Vorlesungen und Seminaren zu tun haben, sondern aus dem breiten Spektrum der Wissenschaftskommunikation gegriffen sind. Es ist heute für viele Promovierende viel vergnüglicher, an einem Science-Slam teilzunehmen, als ihre Dissertation auf 300 Seiten zu entfalten. Und es ist natürlich notwendig, um ein Publikum zu begeistern, auch Show-Effekte einzuziehen, möglichst ohne den Standardphilosophen, der mit Herrn Lanz regelmäßig eine Lanze bricht. Und Filme sind auch ein sehr beliebtes Instrument. Hier ganz kurz das Programm. Es geht einmal um die Frage, wer redet eigentlich heute mit wem, wenn wir über Diplomatie reden? Wie werden Informationen für diplomatische Verhandlungen bereitgestellt? Wer weiß eigentlich was? Wir haben ja in den letzten Tagen erlebt, dass man auch vergeblich an einen Ort reisen kann, um dort festzustellen, es ist etwas Dramatisches passiert und deswegen empfängt einen der Counterpart, mit dem man sich eigentlich verabredet, nicht, wie das dem amerikanischen Präsidenten gerade in Jordanien und Ägypten passiert. Wir haben dann einen Schwerpunkt zu Nordafrika und diskutieren dann selbstverständlich diese Endzeiterwartung, die ja, sagen wir, in der Gesellschaft weit verbreitet, ist und die sich eben auch in der berühmten Uhr, die zählt, wie viel uns noch verbleibt, da eine Rolle spielt. Sie wissen, dass der HSV das versucht hat und die dann abbauen musste. Am nächsten Tag geht es dann um Fragen von demografischem Wandel. Das ist ein Thema, bei dem ja viele glauben, wir haben es nach wie vor mit einer scharf anwachsenden Bevölkerungskurve zu tun. Das ist aber gar nicht der Fall. Also das Risiko ist eher, dass unsere Gesellschaften alle durch die Bank mit wenigen Ausnahmen immer älter werden und gar nicht viel mehr Menschen werden. Dann geht es um die Frage, die wir bei der Immatrikulationsfeier schon hatten. Wie stehen Klimaprotest und die rechtsstaatlichen Normen eigentlich in einem Verhältnis zueinander? Dann gehen wir wieder durch die verschiedenen Weltregionen, in diesem Falle Westafrika, Sahelzone und ähnliches. Wollen Sie dann, wenn Ihnen das vielleicht Spaß macht, auf den Leuschnerplatz entführen? Im Moment ja noch eine Brache, aber in wenigen Jahren wahrscheinlich das Zentrum der Wissenschaftsgebäude in dieser Stadt und wollen Sie mit einem Rundgang einführen in alles, was da entstehen soll? Und schließlich behandeln wir KI als eine Frage, die uns alle bewegt, wenn es um die Zukunft geht. Migration, die Frage, was hat das alles für Folgen für das Bildungssystem? Und dann nochmal Afrika und die Kinder-Uni mit dem Roboterhund Spot, neue europäische Sicherheitspolitik als weitere Stichpunkte. Sie sehen hier, das ist ein natürlich Mosaik, ein Mosaik, bei dem hoffentlich verschiedene Interessen bedient werden, aber vielleicht auch die, die sagen, ich will aufregendes über drei Tage hintereinander erleben, nicht gelangweilt werden. Und Sie sehen gleichzeitig, und das war mein didaktischer Trick, von dem ich hoffe, dass er klappt, dass das jetzt bei Ihnen diese Themen, Assoziationen wecken mit der Frage, ja, ja, das ist wohl alles in der Welt los. Wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Kann man das in eine Erzählung packen? Und diese Erzählung hat man mir hier aufgegeben. Ich betone an diesem Titel das Fragezeichen. Denn natürlich ist die Frage eine rhetorische, was kommt nach der Globalisierung? Erstens setzt das ein bestimmtes Globalisierungsverständnis voraus, auf das ich gleich noch ein bisschen eingehen will. Aber zweitens ist es die völlig falsche Erwartung an einen Historiker, dass er die Zukunft voraussagen könnte. Ich Ihnen also wirklich prognostizieren würde, was nach der Globalisierung kommt. Ich vermute, nach der Globalisierung ist noch ein ganzes Stück hin. Aber selbst wenn dieser Zeitpunkt eintreten sollte, wird es schwierig zu sagen, was dann genau passieren wird. Das möchte ich mit Ihnen in den nächsten Minuten kurz durchgehen. Ich will anfangen mit der Idee, mit welchen Diagnosen haben wir es überhaupt zu tun? Also worauf gründet sich all das, was da vermutet wird? Dann möchte ich zweitens kurz ein Schlagwort diskutieren, das im Moment große Popularität hat. Wir lebten in einer Zeit der Multikrise und Multikrise sei etwas Besonderes. Also für Leute, die es satt haben, dass immer Krise ist, ist jetzt endlich mal Multikrise, was dann natürlich besonders anstrengend ist und darüber müssen wir reden. Und das führt dann zu der Frage natürlich, können wir eine Multikrise überhaupt erkennen, wenn sie zum ersten Mal ausgebrochen ist? Woran würde man das wohl bemerken? Und haben wir da möglicherweise ein erkenntnistheoretisches Problem, die Umstände, in die wir gerade hineingeraten sind, genau zu durchschauen? Aber ich will sie dann natürlich nicht ganz rauslassen, ohne Ihnen wenigstens ein paar der vermuteten Krisendimensionen im Einzelnen zu erwägen. Ich will dann die Frage stellen, wer macht da eigentlich was mit dieser Krise und mit dieser Globalisierung? Dann erlauben Sie mir einen ganz, ganz, ganz kurzen Exkurs in die Geschichte. Das heilt häufig gegen oder hilft gegen die Vorstellung, man erlebe irgendetwas zum ersten Mal. Dafür werden in der Gesellschaft auch Historiker beschäftigt, dass sie diese Beruhigungspille verteilen, zu sagen, Leute, nicht aufregen, es ist das 18. Mal, dass wir das durchmachen und es wird auch danach wieder anders. Es wird wahrscheinlich nicht gut, aber es wird auf jeden Fall anders. Das wissen wir aus der Geschichte. Und dann habe ich mir überlegt, es könnte sein, dass Sie nicht mit einer depressiven Botschaft, also es ist schlimm, die Krise und es ist aber auch gleichzeitig schon zum x-ten Mal hier rausgehen wollen, sondern so eine Art Handlungsanleitung haben wollen, wie man das jetzt machen muss, diese Krisen zu bewältigen. Und ich hoffe, dass mir das in einem Schluss gelingt, sodass Sie zu Hause erzählen können, passt auf Kinder, wenn wir Folgendes machen, dann ist das alles eigentlich gut in den Griff zu kriegen. Ob ich das Versprechen einhalten kann, weiß ich noch nicht, aber das hängt natürlich von Ihrer Mitwirkung ab und von Ihrer Bereitschaft, überhaupt heute Abend noch über diesen Vortrag zu reden. Der Economist hat vor zwei Jahren aufgemacht mit einem großen Titel The End of Globalization und dann war ganz klein drunter geschrieben How We Know It. Das heißt, denen war selbst ein bisschen Zweifel gekommen, ob das so ganz stimmt, diese tapfere Behauptung, dass die Globalisierung am Ende ist und diese kleine Einschränkung. Also jedenfalls die Globalisierung, die wir kennen, zeigte dann an, na gut, darüber können wir noch mal reden. Das Interessante an diesem ganzen Titel ist eigentlich das We, also der Akteur, der da angeblich etwas durchschaut hat und jetzt das Ende der Globalisierung deklariert. Das ist nämlich vollkommen unklar, aber natürlich kann man vermuten, dass die Redaktion sich selbst meinte, das heißt eine Redaktion von Ökonomen, die faktisch mal über sich selber reden wollten und über ihr Globalisierungsverständnis. Aber das ist keineswegs, sagen wir, eine Ausnahme dieser Art, das Ende von etwas zu verkünden, sondern das kennen wir seit vielen Jahren. Man könnte sagen, es ist konstitutiv, mindestens für die Moderne, zu sagen, man lebe nun in einer neuen Zeit und diese neue Zeit grenzt es sich haarscharf ab von einer Vergangenheit. Der wichtigste Referenzpunkt ist sicherlich die Französische Revolution, in der innerhalb weniger Wochen nach ihrem Ausbruch bereits der Terminus Ancien Regime populär wurde. Also die Vorstellung, man habe ein altes Regime verlassen und lebe nun in einem neuen. Und fortan ging es eigentlich immer nur darum, zu zeigen, dass dieses Neue entweder ein sehr glücklicher Zustand ist, den man endlich erreicht hat, indem man die Korruption und Dekadenz und Irrationalität der Vergangenheit hinter sich gelassen habe und nun in Zeiten von Rationalität und Gleichheits- und Freiheitszuständen lebe. Oder umgekehrt, dass etwas zerbrochen sei, die direkte Verbindung zwischen König und Gott, die auch nicht wiederherstellbar sei. Also jedenfalls waren beide Seiten, nicht nur die Revolutionäre, sondern auch die Gegenseite fest davon überzeugt, in einer neuen Zeit zu leben. Und wir sehen das dann bei vielen historischen Stationen wieder, dass diese Art von Zäsurerfindung, also der Erfindung einer ganz scharfen Grenze zwischen dem Heute und dem Gestern eigentlich handlungssteuernd war. Und ich erinnere wahrscheinlich viele hier im Saal noch an die Rede vom Ende des Kalten Krieges, vom Ende des Realsozialismus, Staatssozialismus, Totalitarismus, you name it. Also die Vorstellung, nun breche ein neues Zeitalter an. Und solchen Konstruktionen von Zäsurbewusstsein ist es leider eigen, dass sie ihre Enttäuschung in sich tragen. Man war in der Französischen Revolution schon fest davon überzeugt, dass man nun den Zentralismus der absoluten Monarchie hinter sich gelassen habe und jeder in den Provinzen glücklich, zufrieden und in Freiheit von der Bedrückung von Versailles das Leben gestalten könnte. 30, 40 Jahre später schreibt ein kluger Beobachter Alexis Tocqueville, der nach Amerika gereist war, sich die USA angeschaut hatte, feststellt, im Vergleich dazu ist Frankreich der zentralistische Staat, der es vor 1789 selbstverständlich auch war. Und von dort aus zieht sich dann eine lange Reihe von Feststellungen, dass die Revolution eben doch nicht so tief gegraben hat, wie sie behauptet hat. Wahrscheinlich werden Sie einiges von dem auch in den Erzählungen über das Ende des Kalten Krieges wiederfinden, wo dem einen oder anderen doch schwant, dass es Kontinuitäten gibt zu dem, was wir heute erleben und nicht nur reine Diskontinuität herrscht. Das Wort von der Zeitenwende, das der Bundeskanzler in dieser berühmten Rede nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine benutzt hat, ist eine vergleichbare Absicht, eine Zäsurwirkung zu erzielen. Da sind ja viele Gewissheiten über Bord geworfen worden. Wenn Sie die Presse verfolgt haben, dann sehen Sie, wie die alte Ostpolitik abgeräumt wurde, wie die Frage einer geringen Militarisierung in in der Mitte Europas aufgeräumt worden ist, wie die Vorstellung, dass man ein Europa von Lissabon bis Wladivostock errichten wollte, auf den Müllhaufen der Geschichte geräumt worden ist und, 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 und. Also diese Zeitenwende war jetzt für die spezifische Verortung Deutschlands in dieser Zäsur ein wichtiges Stichwort. Wir lesen fast jeden Tag über eine neue Weltordnung, wobei auch noch etwas unklar ist, was das eigentlich ist und ob es dasselbe meint, wenn der chinesische Präsident von der neuen Weltordnung spricht, als wenn der französische Präsident von Hirntod der NATO und der neuen Weltordnung spricht. Dann sind offenkundig ganz unterschiedliche Dinge gemeint. Wir haben eine breit entfaltete Rede, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr sei oder schon dahin sei, dass Polarisierungen dazu führen, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt also nicht mehr kittbar ist oder doch wiederherstellbar. Das ist nicht so ganz klar, aber jedenfalls, dass wir auch in einer neuen Zeit leben, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt neu begründet werden müsste. Man ist völlig in Vergessenheit geraten, dass dieser Begriff mal entstanden ist, um der CDU Optionen für die Integration der Bewegungen rechts an ihrem Rand zu geben. Es gibt eine breite Diskussion darüber, dass die Religionen wieder in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen, dass immer mehr Menschen auf der Erde religiös sind. Dagegen würden manche Katholiken wahrscheinlich bemerken, dass eher das Ende der Religionen jedenfalls eine massive Kirchenaustrittsbewegung zu beobachten sein. Also auch hier die Vorstellung, dass etwas ganz anders werde, als es in der Vergangenheit war. Seit 2002 machen sich die Naturwissenschaftler auf die Suche nach dem Beginn des Anthropozäns. Vor einigen Monaten wurde jetzt auch ein See in Kanada entdeckt, der so tief und unbewegt ist, dass man in seinen Sedimenten das möglicherweise gut ablesen kann. Es bedarf jetzt nur noch der definitiven Einigung einer internationalen Organisation, um das Anthropozän definitiv ausrufen zu können. Aber die Vokabel schwirrt natürlich in den gesellschaftlichen Debatten darüber, ob wir überhaupt so weiterleben können wie bisher, ob wir tatsächlich Wachstum, Industrialisierung, fossile Energiequellen so weiter betreiben können, wie das bisher der Fall war. Also Sie sehen an diesen Beispielen, dass die Bereitschaft an eine Zäsur zu glauben eigentlich groß ist. Und möglicherweise teilen Sie ja auch dieses Gefühl, dass etwas zu Ende gekommen ist und etwas Neues beginnen müsste oder schon begonnen habe. Jedenfalls lässt ja das die Vermutung zu, wenn Sie zu einem Vortrag kommen, der angeblich verspricht, zu sagen, was nach der Globalisierung kommt, dann sind Sie vielleicht auf eine dieser Diagnosen auch schon geeicht. Was ist tatsächlich an sein Ende gekommen, ist glaube ich die Vorstellung oder die Akzeptanz der Vorstellung, dass wir wüssten, was Globalisierung ist. Globalisierung wurde beschrieben in den 1990er Jahren als das damals Neue, das auf den Kalten Krieg folgt. Und diese Globalisierung war etwas sehr Naturhaftes. Ich erinnere an Angela Merkels, der ist nur Alternativ. Globalisierung ist gewissermaßen die Endbegründung für alles. Leider können wir in der Politik keine Alternativen mehr denken und praktizieren, denn die Globalisierung ist mächtiger als die Politik in Einzelstaaten und demzufolge gibt es keine Alternativen. Wir müssen einfach tun, was diese Globalisierung uns vorschreibt. Ich habe mir die immer vorgestellt als eine Hydra mit mehreren Köpfen, die irgendwo in einer Höhle haust, diese Globalisierung und die da rauskommt und dann irgendwie das Berliner Establishment dazu zwingt, bestimmte Entscheidungen zu treffen, aber dann gleich weiterfliegt nach Washington, weil dort wirkt sie ganz genauso. Also eine seltsame Personifizierung der Globalisierung, die wurde in vielen Formulierungen zu etwas, was tatsächliche Handlungsmacht hat. Die Globalisierung macht etwas, so als wären nicht die Menschen diejenigen, die das Leben auf diesem Planeten gestalten, sondern als wäre es so ein Anonymous genannt, Globalisierung. Diese Globalisierung wohnte natürlich im Westen. Etwas unklar, ob in Europa oder in den USA, aber eigentlich gab es ziemlich viel Gewissheit, dass sie in den USA primär wohnt. Wahrscheinlich Nebenwohnsitz Westeuropa mit entsprechenden Zweitwohnungssteuern oder Ähnlichem. Aber jedenfalls die armen Menschen in Afrika, Lateinamerika oder in Asien, ja, zu denen muss sie erst noch kommen. Die müssen das noch lernen. Also Sie sehen die alte Modernisierungstheorie, die da immer noch dahinter lag, so eine diffusionistische Vorstellung, dass die Globalisierung sich langsam ausdehnt. Und man hat dann immer Beispiele erzählt, wie Teile Chinas schon ganz gut integriert sind. Also besonders die Zonen in Südchina, die faktisch in den internationalen Wertschöpfungskreislauf vollkommen integriert waren. Und die Erzählung über diese Globalisierung ging so, wer einmal von dieser Globalisierung erfasst wird, der erlebt dann einen Aufstieg, der erlebt sozusagen soziale Effekte dieser Integration in eine hocheffiziente kapitalistische Weltwirtschaft. Und diese profitablen Effekte führen dazu, dass dann verteilt werden kann. Dass also anschließend so eine Art sozialer Ausgleich stattfindet. Und da gab es durchaus empirisches Material, dass diese Vorstellungen zu belegen schienen. Also wenn Sie sich überlegen, dass 400 Millionen Wanderarbeiter aus West- und Nordchina in den Süden Chinas gegangen sind, um in diesen Sonderwirtschaftszonen entweder permanent oder als Wanderarbeiter tätig zu werden und dann die erhöhten Einkommen in ihre Region zurückgetragen haben, dann ist das eine wesentliche Ursache für den sozialen Aufstieg insgesamt in China, nicht nur dieser Sonderwirtschaftszonen. Kurz, das ist eine Wirkung der Globalisierung, die auch homogenisierend wirkt. Selbstverständlich kommt das alles mit Jazz, Rock'n'Roll, Hollywood und so weiter. Die Franzosen sind immer etwas panisch, wenn sie das Wort Globalisierung hören, weil sie denken, das würde ihre nationale Kultur definitiv runterreißen. Interessanterweise haben sie in der ganzen Zeit ihre Cafés durch Teehäuser ersetzt, ohne das irgendwie mit Globalisierung in Verbindung zu bringen. Also das Letzte ist natürlich, dass diese Globalisierung nur funktioniert, wenn sie durch eine liberale Ordnung gesichert wird. So war die gängige Vorstellung und das führt dann in eine wunderbar konfliktfreie Welt, in der eigentlich alle nur danach streben, in diesen Mechanismus einzusteigen. Wieder schöne Beispiele, wie sich etwa die indische Regierung und sozusagen Elite darum gekümmert hat, dass Indien das zweite China wird, um einen ähnlichen Erfolg durch Integration in die Globalisierung zu bekommen. Und so führte natürlich zu Protesten. Diese Proteste begannen kurz vor 2000 und setzten sich dann immer weiter fort. Das erste waren Proteste von links. Die sagten, wir wollen nicht in eine komplett liberal-kapitalistische Gesellschaft integriert werden. Das nächste waren kulturelle Ängste. Wir werden jetzt alle einer Homogenisierung unterworfen. Am Ende müssen alle Englisch sprechen und irgendwie den Washington-Konsensus unterschreiben. Was wird mit unserer jeweiligen Identität? Das spielte dann in diesen Diskussionen eine große Rolle. Und dann entdeckte er die populistische Rechte das Thema und sagte, also diese Globalisierung hat natürlich ganz schreckliche Effekte, weil sie ja Grenzen niederreißt, die Kontrolle über Migrationsströme verringert, die Idee, dass der Staat, die zentrale Instanz der Umverteilung ist eigentlich weggewischt. 1997 ein Buch erschienen, das Ende des Staates und keiner hat gelacht. Und so hat sich sozusagen langsam eine Gegenbewegung aufgebaut, die über die Gesellschaft sehr weit verteilt ist. Also jetzt nicht nur marginale Gruppen erfasst, sondern sehr breit in die allgemeine Einstellung der Gesellschaft eingedrungen ist. Und diese mythische Geschichte von der Globalisierung, die alles immer schöner macht, die stieß natürlich auf das, was zu erwarten war, die eine oder andere Finanz- und Wirtschaftskrise, die dramatischen Konflikte, die in der internationalen Arena ausgebrochen sind, auf das in der Globalisierungserzählung eigentlich nicht erklärbare Phänomen des Terrorismus und so weiter und so fort. Also wie es immer so ist mit Mythen, am Anfang sehen die ziemlich gut und überzeugend aus und dann kommt dieser schreckliche Einschlag der Empirie und die Leute sagen, ah, ganz so einfach scheint es doch nicht zu sein. Also meine These ist, die Globalisierungsideologie der 90er Jahre ist am Ende, die Globalisierung ist keineswegs am Ende. Die Globalisierung geht weiter, so wie sie schon seit Tausenden von Jahren läuft. Wir haben ja hier in Leipzig ein großes Institut für evolutionäre Anthropologie, die mit ihren genetischen Analysen immer wieder zeigen, dass Menschen relativ ordentlich durchmischte genetische Muster in sich tragen und den glauben, sie seien von ethnischer Reinheit schwer enttäuschen. Also der einfache Fall ist, dass der Urgroßvater doch fremdgegangen ist, aber der viel schlimmere Fall ist ja, dass die ganz weit zurückliegenden Vorfahren schon Sex mit Neandertalern hatten. Und lassen Sie sich dort bloß analysieren und Sie werden feststellen, dass es möglicherweise auf Sie auch zutrifft. Dass also Wanderung, Austausch, Vermischung schon immer ein Phänomen der menschlichen Entwicklung waren und keineswegs irgendetwas, was 1900 entstanden ist, nur weil die Industrie, das Dampfschiff und die Eisenbahn das infrastrukturell besonders gut ermöglicht haben. Also die Diagnosen, das will ich mit diesem ersten Slide sagen, die Diagnosen sind mächtig, aber sie treffen nach meinem Eindruck nicht den Kern der ganzen Sache, sondern setzen sich weiter mit einem Mythos auseinander, anstatt den Mythos zu entlarven. Eine zweite Denkfigur, die prominent geworden ist in der letzten Zeit, ist die Multikrise. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Es ist interessant, wie einig sich Politiker und Akademiker zu sein scheinen, dass sie in einer solchen Multikrise leben. Man liest das relativ häufig jetzt auch als Entschuldigung, warum irgendwas nicht klappt. Wir haben halt Multikrise. Also das ist wie Corona und Grippe gleichzeitig oder so. Dann kann man sich auch nicht einfach impfen lassen, sondern das muss man irgendwie ertragen. Multikrise ist also auch eine Aufforderung, die Welt so zu nehmen, wie sie nun mal ist. Klar ist, dass in diesem Begriff die Idee steckt, dass es verschiedene Krisen oder verschiedene Krisendimensionen gibt und die sich irgendwie überlagern, verflechten. Aber genau wissen wir das auch nicht. Also Multikrise ist irgendwie so wie so ein Knäuel, dass man nicht ordentlich sortiert kriegt. Natürlich finden sich Philosophen, die sofort Dimensionen unterscheiden, Ökonomie, Ökologie, Soziales und Politik. Da sehen Sie auch schon an der Begrifflichkeit, dass die Idee dieser Multikrise zunächst mal aus marxistischen, kritischen Beobachtungen der Gegenwartsprozesse entstanden ist. Nicht zufällig nach der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008. Also das war der Moment, als der Diskurs von der Multikrise begann. Wir als Historiker haben ja die unangenehme Angewohnheit nachzugucken, wer das zuerst gesagt hat. Nicht, wann ist es so weit in der Zeitung, dass es jeder gesehen hat. Und dann sehen Sie den Ursprungskontext, warum man in diesem Moment von Multikrise sprach. Da brach der Mythos der Globalisierungsideologie zusammen in dieser Krise. Denn da passierten ja mehrere Dinge. Erstens, Staaten erwiesen sich als mächtig genug, um Banken aufzukaufen. Vergleichen Sie das mit der Formulierung 10, 15 Jahre zuvor, der Staat ist tot. Der Finanzkapitalismus ist längst außer Kontrolle geraten. Es ist aber in den USA genauso wie in Deutschland gelungen, diese Banken dadurch wieder auf Kurs zu kriegen, dass der Staat sie mal kurz aufgekauft hat, seine Schulden sozialisiert hat und dann wieder ins Rennen geschickt hat. Also eigentlich alles ganz normal. Die Politik dominiert das Ganze. Aber natürlich gab es auch große Sorgen, das Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt, um die Demokratie und um dieses seltsame Phänomen, dass heute Krisen nicht mehr in einem Land alleine ausbrechen, sondern so durchwandern. Das ist also über die Kontinente. Das ist für Historiker auch nicht erstaunlich. Das hat Karl Marx schon 1875 gut analysiert. Also das gehört zum Charakter von Kapitalismus, dass seine Krisen international sind. Aber es wurde doch 2008, 2009 mit großem Erstaunen festgestellt. Und es gibt ein drittes Phänomen, das damals noch relativ verborgen geblieben ist, weil sie das so an der Oberfläche nicht erkennen können. Aber es war das Ende des exzessiven Outsourcing. Die Älteren unter Ihnen mögen sich noch erinnern, dass es eine Zeit lang ein Wettrennen darüber gab, wo man eigentlich die billigsten Arbeitskräfte für den jeweiligen Herstellungsprozess finden könnte. Und dann hat man dort seine Firma errichtet mit einem Eigentümer, der ganz woanders saß. Rasierapparate wurden eines Tages von deutschen Mittelständlern in China hergestellt. Mit großen Problemen, wie man der chinesischen Belegschaft in den Betrieben eigentlich erklärt, was sie machen sollen, damit dieser Rasierapparat so schön brummt, wie ein Rasierapparat, der hier hergestellt wird, im Schwarzwald eben brummt. Also dieser Wettlauf ums Outsourcing, der ging ja immer weiter. Und die Krise von 2008 war der entscheidende Drehpunkt. Von dort aus sehen wir dann in den Statistiken, dass Firmen Produktion zurückholen. Weil nämlich die Kontrolle über die geopolitischen Risiken, aber auch über Qualitätsprobleme und über die verschiedenen Fragen der ökonomischen Regulation, Steuern, Transportkosten und so weiter immer schwieriger wurden. Das heißt, man hat sich eher nach Outsourcing-Plätzen in der Nähe umgeschaut. Also wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem alten Globalisierungsmythos, dann ist das natürlich eine Schubumkehr. Es geht nicht mehr darum, ganz weit weg, sondern es geht darum, in der Nähe Netzwerke aufzubauen. Also auch diese Bewegung hat dazu geführt, dass man begann, über eine Krise der Globalisierung nachzudenken. Ich habe Ihnen hier zwei Texte aufgeschrieben, die sagen, einfach den Titel, Multiple Krise, Vielfachkrise, Sie sehen, das ist noch nicht stabil, wie das heißen soll, aber der Kern ist da schon gesagt. Und das entscheidende Buch war dann das eines amerikanischen Wirtschaftshistorikers, Adam Thuss, das sehr schnell übersetzt worden ist, damit das aus dieser marxistischen Marginale der Theorieproduktion im Zentrum angekommen ist. Adam Thuss hat dann für die Friedrich-Ebert-Stiftung das in einem Vortrag, Zeitenwende oder Polykrise, zusammengefasst und seitdem spricht die deutsche Presse eigentlich nur noch von der Multikrise. Und Sie sehen, die Multikrise breitet sich aus. Ich habe nur mal so vier Screenshots mitgebracht. Die einen heißt, Unternehmen müssen eine Antwort auf die Multikrise finden. Zum Glück bietet die Digitalisierung einen Ausweg, sie müssen nur richtig digitalisieren, dann wird das auch mit der Multikrise. Das ist immerhin das Trend-Book-Kompass für die Multikrise. Also Sie sehen, da gibt es dann auch schon Autoren, die clever die Multikrise bearbeiten, indem sie den Kompass liefern in der Multikrise. Bert Rürup, der Leiter eines Forschungsinstituts des Handelsblattes weiß, dass die Multikrise Deutschland ärmer gemacht hat. Also wir wissen nicht genau, was die Multikrise ist, aber dass sie uns ärmer gemacht hat, steht auf jeden Fall fest, weil Deutschland sein goldenes Zeitalter verjuxt hat, also vergeudet. Wie die Welt weiß unter dem Titel bevorstehende Multikrise. Also wir waren nicht richtig gut vorbereitet auf die Multikrise. Hätten wir vorher richtig gespart, wäre es besser gegangen. Und dann eine eher praktische Erfahrung. Die Multikrise zwingt deutsche Unternehmen zu mehr Notfallmanagement. Und da geht es dann tatsächlich darum, dass man seine Investitionen heute immer komplizierter schützen muss, weil sie in völlig instabile geopolitische Situationen gesetzt sind. Und so schnell kann man seine Investitionen aus Russland gar nicht zurückholen, wie sie dort enteignet oder durch Sanktionen entwertet werden. Das heißt, jede Menge Notfallmanagement ist hier angesagt. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Mitarbeiter Ihrer Firma irgendwo auf der Welt stationiert und dort bricht ein Putsch oder ein Krieg aus, dann haben Sie auch wieder Notfallmanagement. Wenn Sie das Bild weiter runter sehen würden, dann ist da die Lufthansa abgebildet. Ich dachte erst, die Lufthansa ist das im Notfallmodus keineswegs, sondern der Text sagt dann, Sie brauchen immer die Lufthansa, um Ihre Leute rechtzeitig zurückzuholen. Das ist heute Multikrise für Unternehmer. Kurz, das Ganze ist ordentlich im Mainstream angelangt. Ich hätte jetzt hunderte solche Beispiele weiterbringen können. Was können wir nun wissen über diese Multikrise? Das ist diese erkenntnistheoretische Geschichte, die ich vorhin angedeutet habe. Nichts ist gängiger, als eine Krise auszurufen. Ich nehme an, Sie tun das verschiedentlich auch zu Hause, wenn was angebrannt ist oder keiner zum Essen kommen will oder Hausordnung nicht gemacht worden ist. Krise ist eigentlich immer. Was kann man unter einer Krise verstehen? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie jetzt in etwas kompliziertere politikwissenschaftliche Überlegungen ganz kurz einführe, dann gibt es drei Typen von Krisenverständnis. Das eine ist indikatorengestützte Krisenfeststellung. Sie sagen, wenn gar keiner zum Abendessen kommt, dann ist Krise. Sollten aber zwei der fünf Kinder am Abendbrottisch sitzen, dann ist keine Krise. Und Sie können natürlich genauso sagen, wenn Ihre Aktien, die Sie bei der Sparkasse erworben haben, fallen, dann ist Krise. Wenn die steigen, ist keine Krise. Es sei denn, die Sparkassengebühren fressen ihre Gewinne aus diesem Anstieg des Börsenwertes auf. Wenn es viele Unfälle an einer Straßenecke gibt, dann ist das dort eine Krisensituation. Also Sie sehen immer das Modell, es gibt einen Indikator, an dem wir messen können und dann sagen wir, okay, dann ist Krise. Also wenn unsere Studentenzahlen sinken würden, das wäre eine Krise hermöglich, oder? Aber das passiert ja zum Glück alles nicht. Das zweite ist eine viel flapsigere Definition, die aber sehr viel für sich hat. Krise ist, wenn einer sagt, es ist Krise. Sie lachen drüber, aber denken Sie doch mal an eine ordentliche Ehebeziehung. Einer sagt, ich finde, es ist Krise, dann ist Krise. Ja, und dann gehen Sie zu dieser Beratung und bis Ihnen jemand sagt, es war gar keine Krise, hören Sie auf, drüber zu reden oder Sie werden geschieden. Also das ist sozusagen durchaus eine gängige Beobachtung, dass das Krisengeschrei konstitutiv für eine Krise ist. Dass Leute erst die Krise wahrnehmen, wenn jemand sagt, es ist Krise. Ganz egal, was die Indikatoren sagen. Und die dritte Definition, die finde ich eigentlich die charmanteste. Krise ist ein Instrument der Politik, um Komplexität zu bearbeiten. Sie haben eine unübersichtliche Situation vor sich. Alle möglichen Leute wollen Verschiedenes. Sie wissen eigentlich nicht genau, ob Ihre Wähler Ihnen für dieses oder jenes oder noch was folgen würden. Dann erklären Sie diesen Gegenstand zur Krise, zum krisenhaften Gegenstand und reduzieren die ganze Geschichte auf zwei Wege. Entweder es bleibt, wie es ist oder wir machen Folgendes. Ja, also die Erklärung der Krise dient dazu, dass Sie die Komplexität von vielen Varianten auf eine binäre Lösung reduzieren können. Wenn Sie heute Abend auch ausprobieren, entweder ihr kommt jetzt zum Essen oder hier ist Schluss und es gibt gar nichts mehr. Ja, das ist ein klassisches politisches Szenario, mit dem Sie Ihre Familie einigermaßen durch das Nadelöhr dieses Abendessens bringen können. Ich sehe schon an Ihren Gesichtern, Sie haben alle das Problem nicht, dass keiner zum Essen kommen will. Aber also ich hoffe, es ist deutlich geworden, worum es geht. Ja, es ist ein Instrument von Politik und nun ist das Besondere an der Multikrise, dass dieses Instrument versagt, weil Sie ja in einer Krisendimension zwar binäre Lösungen vorschlagen können, aber nicht gleichzeitig in verschiedenen. Sie können nicht gleichzeitig sagen, der Krieg ist absolute Priorität, dort wird alles verteidigt, was uns wichtig ist und wir wollen die CO2-Emissionen dramatisch senken. Das schließt sich auf eine gewisse Weise aus. Ja, und hier ist jetzt das Dilemma, das kriegen Sie jetzt nicht mehr durch die binäre Lösung hin. So nach der Devise, wollt ihr jetzt CO2-Emissionen oder Krieg? Das funktioniert nicht. Und das ist das Dilemma, vor dem Politik gegenwärtig, glaube ich, steht. Dazu kommt, dass wir natürlich nicht sagen können, wie das jetzt ausgeht mit der Multikrise. Also wir sollen Prognosen in laufenden Prozessen abgeben. Wir können das gar nicht wissen, ob diese Multikrise eine Multikrise ist und werden wird oder bleibt oder erst noch beginnt und so weiter. Naja, und das dritte das kennen Sie jetzt schon aus dem ersten Slide. Ich als Historiker bin sowieso skeptisch, ob solche Zäsur-Deklarationen mehr sind als Rhetorik. Was wir allerdings messen können und das funktioniert ziemlich gut, das ist zu schauen, wie viele Leute sind beunruhigt durch das Reden über die Krise. Ja, und alle Umfragen zeigen im Prinzip zwei Werte erhöht. Das eine ist Beunruhigung über die Multikrise und das zweite ist Uneinigkeit darüber, wie man sie auflösen soll. Also es funktioniert das Reden über die Multikrise und vielleicht auch bei Ihnen. So, gibt es Krisendimensionen, die wir irgendwie sinnvoll analysieren können? Ich möchte Ihnen ganz kurz fünf vorstellen, von denen ich wirklich glaube, dass sie globalen Charakters sind. Das Erste ist, dass wir in einer Welt leben, die einer dramatischen Neuverräumlichung unterliegt. Der Begriff ist ungewöhnlich, aber offenkundig ist ja, dass der Trend, dass am Ende eine Welt aus lauter demokratischen Territorialstaaten besteht, die Mitglied der UNO sind und dort abstimmen, naja, jedenfalls nicht besonders plausibel. Sondern wir haben es mit Neoimperialismus zu tun, wir haben es mit der neuen Bedeutung von internationalen Zusammenschlüssen zu tun, die EU ist uns gut vertraut, die Afrikanische Union ist gerade Mitglied der G20 geworden, also, sagen, aufgewertet worden im Sinne von, sagen, ein Staatenzusammenschluss ist so gut wie ein Staat selber. Das bestätigt, sagen wir, das deutsche Vorurteil, dass Afrika wahrscheinlich überhaupt nur ein Land sei. Wir haben eine vollkommene Unsicherheit darüber, was die Amerikaner eigentlich machen und wollen. Also seit Trump gibt es eine schwere Beunruhigung überall auf der Welt. Wohin geht denn das jetzt? Ist die höchste Priorität, sich mit China auseinanderzusetzen oder geht es um westliche Werte oder geht es weiter um die Kontrolle der Pax Americana und so weiter und so fort? Wir haben den erfolgreichen, aber inzwischen natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommenen Versuch der chinesischen Führung, dem Teil der Welt, der nicht durch den Westen mit Infrastruktur versehen worden ist, eine vergleichbare Infrastruktur zu verschaffen. Also die One Belt, One Road Initiative, also diese berühmte Versuch, Chinas Schiffsstrecken, Eisenbahnstrecken, Pipelines dort zu errichten, wo sie bisher gefehlt haben. Wenn Sie eine Weltkarte sich vor zehn Jahren angeschaut haben, dann sehen Sie die großen Lücken und die werden Stück für Stück geschlossen. Das ist selbstverständlich alles hochproblematisch. Und die vorhin schon erwähnte Verkürzung der Warenketten ist auch so ein Phänomen, das natürlich dazu führt, dass das nahe Ausland, wie Putin es nennen würde, wichtiger wird. Also jene geopolitische Umgebung, mit der man lebt und die natürlich eine direkte Beziehung zum Neoimperialismus in vielen Bereichen hat. Also wir erleben eine Neuverräumlichung der Welt, die gegen die Erwartungen einer Homogenisierung der Raumstrukturen, die für die Welt relevant sein könnten, nahelegt, dagegen spricht. Und das bedeutet, wir, und das wir ist jetzt sehr anonym, vielleicht betrifft es erst die nächste Generation, müssen lernen, diese komplexere Raumstruktur der Welt zu verstehen. Ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen hier das Wort Literacy zumute. Mir ist kein gutes deutsches Wort eingefallen. Literacy meint Lesefähigkeit. Ja, aber Lesen, die Raumstruktur der Welt lesen können, ist nicht simpel alphabetisiert sein, sondern das heißt, über die nötigen Instrumente zu verfügen, um diese neuen Raumstrukturen überhaupt zu erkennen. Und die stecken verborgen in unseren Zeitungen. Wenn Sie die lesen, da ist immer die Rede von Ländern. Es betrifft aber häufig nur Teile dieser Länder oder es betrifft Firmen, die überhaupt nicht mehr in diesen Ländern produzieren, aber dort sitzt vielleicht das Headquarter und ähnliches. Das heißt, wir müssen lernen, bei der Wahrnehmung der Welt diese Verräumlichung zu lesen. Zweitens, zweite große Krise ist tatsächlich die Frage, was ist eigentlich mit dem Zusammenhalt? Ist dieser Zusammenhalt tatsächlich noch in den Mustern territorialisierter Gesellschaften, also Nationalgesellschaften, plausibel? Ich erinnere mich, erzähle ich gern als Anekdote, als ich mal auf einem Kolloquium in Kamerun war, der einzige Weiße unter 400 Schwarzen, da merkt man mal, wie sich das so anfühlt. Und die gerieten dort in einen heftigen Streit. Nun muss man wissen, Kamerun hat elf, dreizehn Millionen Einwohner. Und die gerieten in einen heftigen Streit, wie viele Sprachen in diesem Land eigentlich gesprochen werden. Und einer rief, 315. Und dann rief ein anderer, nein, die ältere Dame sei vorige Woche gestorben, es seien nur noch 314. Klar, ist witzig, aber was steckt dahinter? Die Realität für die meisten Menschen auf dieser Welt ist Mehrsprachigkeit. Ist die Auseinandersetzung mit vielen verschiedenen Arten ein Problem auszudrücken und das daraus resultierende Dilemma, wie man dann Schulunterricht und so weiter organisieren soll, den kann man selbstverständlich nicht in 314 Sprachen machen. Unsere Situation, dass wir annehmen, wir hätten hier eine Sprache und jeder, der zu uns kommt, muss erstmal diese Sprache perfekt lernen. Und wenn er das kann und sich auch sonst ordentlich benimmt und alle Spieler der Startformation der deutschen Nationalmannschaft aufsagen kann und noch eine Reihe weiterer Kriterien, die seriöser sind als das mit dem Fußball, der gehört dann dazu. Das ist bei den Mobilitätsschemata, die wir aktuell beobachten, ein schöner Traum. Und es hat nicht nur mit Sprache zu tun, sondern in dieser Sprache drückt sich ja auch, das ist ein Teil dieses Nationalmythos, ja aus, dass wir eine geteilte Geschichte hätten. Ich weiß gar nicht, mit wem hier im Raum ich eine Geschichte komplett teile, aber wahrscheinlich hat uns der Geschichtsunterricht doch ein paar Anhaltspunkte gegeben, die auf eine gemeinsame Geschichte hindeuten sollen. Nur, was mache ich denn mit jemandem, der diesen Schulunterricht in einem anderen Land erlebt hat und ein ganz anderes Geschichtsbild bekommen hat, jetzt aber hier lebt, hier arbeitet, muss der nochmal zur Schule gehen, am besten mit Heimatkunde anfangen, bevor Geschichte losgeht, damit er weiß, welche Bäume hierher gehören, die aber gerade abbrennen und durch invasive Arten ersetzt werden und so weiter. Also es ist ja ein Riesenproblem, das wir haben. Und unter diesen Bedingungen wird Zusammenhalt neu definiert, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist jetzt kein Plädoyer für unbegrenzte Einwanderung oder sowas. Das ist einfach die Anerkennung der Tatsache, dass es auf dieser Welt einen erhöhten Grad an Mobilität gibt, dass wir ein hohes Interesse haben, also jedenfalls die richtigen Zuwanderer zu uns zu bekommen, die die Lücken in unseren Beschäftigungsverhältnissen schließen und was die sozialkulturellen Folgen sind. Es hat aber auch damit zu tun, wenn sie Mitarbeiter bei Volkswagen sind, dass sie Teil einer großen Belegschaft sind, die nach Mexiko und nach China reicht. Dass sie also vielleicht eher gemeinsame Interessen mit jemandem in Guadalajara haben, als mit jemandem in Zwickau, der gar nichts mit Volkswagen zu tun hat. Das heißt Solidaritäten, Verbindungen, Vernetzungen und natürlich alles, was daraus folgt, also Eheschließungen, Kinder und so weiter, geht entlang anderer Linien, als das vielleicht im 19. Jahrhundert gedacht worden ist. Und das führt dazu, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt natürlich von uns neu gedacht werden muss. Und das stößt auf heftige Abwehrreaktionen. Das stößt auf Stress. Leute sind strikt dagegen, dass das alles passiert. Wie immer ist es schön, wenn das Wünschen hilft, aber es passiert trotzdem. Gleichwohl müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass die Zuspitzung, Radikalisierung von Identitätspolitik als Reaktion auf diesen Prozess eine genauso mirkmächtige soziale Realität ist, wie diese Mobilität. Das heißt, all die Rassismen, die Fremdenfeindlichkeit, das Bestehen auf einer eigenen Identität, die ganz anders sei als die meines Nachbarn, ist Teil dieser Aushandlung des neuen gesellschaftlichen Zusammenhalts. Da kommen wir überhaupt nicht drum rum. Es macht keinen Sinn zu sagen, das dürfen die so nicht sagen und denken. Die machen das nämlich trotzdem. Und das bedeutet, wir müssen lernen, die Gesellschaft, das Soziale, anders zu lesen als in der Vergangenheit. Dieses Lesen im Rahmen des Nationalstaates ist, ich will nicht sagen vorbei, aber jedenfalls nicht mehr genügend. Wir müssen lernen, anders die Gesellschaft zu lesen. Und auch das wird dauern. Drittens, epistemische Konkurrenz, ein furchtbares Fremdwort ist klar, aber Sie müssen sich das einfach vorstellen. In der Vergangenheit lebten doch die Menschen in etwas, was sie Kulturkreise nannten und haben dann, also das ist auch eine Fiktion selbstverständlich. Aber diese Kulturkreise hatten den Vorteil, dass sie zum Beispiel relativ identisch waren mit dem Wirkkreis einer Religion. Und dann kam woanders die Wirkung einer anderen Religion. Selbstverständlich können wir als Historiker stundenlang Geschichten erzählen, was in den Grenzräumen zwischen diesen Kulturkreisen passiert ist. Und das ist alles hochspannend, aber dieser Prozess hat sich massiv verstärkt. Gehen Sie hier die Straße lang, fragen Sie 100 Leute, welcher Religion, welchem Verständnis von Säkularität, welchem Verständnis von Gesellschaft, von Rechtsstaat oder was auch immer Sie angehören und Sie werden eine große Vielfalt bekommen als Ergebnis. Es sei denn, Sie suchen die Straße so gezielt aus, dass wirklich alles noch richtig heil ist. Und nun ist die Frage, wie gehen wir damit um? Das setzt uns ja offenkundig unter Stress. Und wir können unsere Energien investieren in die Abgrenzung, in die Definition unserer Andersheit. Das macht aber natürlich, wenn das alles auf engstem Raume stattfindet im Unterschied zur Vergangenheit, den Stress immer größer. Also könnte es sein, dass wir in Zukunft lernen müssen, was wir eigentlich von dem anderen lernen können. Ob da nicht was drinsteckt in dessen gedanklicher Logik, was für uns wertvoll sein könnte. Also mal neugierig sein, ob man aus diesem Koran nicht irgendein interessantes Konzept von Banking ableiten könnte, das dem der einen oder anderen Sparkasse überlegen ist. Nur um ein Beispiel zu geben. Viertens, das ist Ihnen allen klar, wir leben mitten in einer Neuordnung des Menschen-Natur-Verhältnisses. Und das wird einhergehen mit einer dramatischen Neubewertung unserer eigenen Geschichte. Wie gehen wir damit um, dass der Wachstumspfad, den westliche Gesellschaften genommen haben und nach dem berühmten Diktum eines Umwelthistorikers David Christian es geschafft haben, in 200 Jahren das zu verbrennen, was in 200 Millionen Jahren sedimentiert war, dass dieser Weg nicht wiederholbar ist für andere. Was machen wir damit? Nun gibt es Leute, die anderen, die sagen, naja, erstmal müssen wir euren Pfad nachmachen und dann, nun das hat aber offenkundig dramatische Folgen für den gesamten Planeten. Dann gibt es diejenigen, die sagen, hm, ihr hattet einen Vorteil, für den müsst ihr jetzt kompensieren. Also ihr müsst unseren Umbau zu einer anderen Art von Energiegewinnung kofinanzieren. Und dann gibt es drittens natürlich die, die sagen, lasst uns noch ein bisschen weiterfahren. Solange wir die Macht dazu haben, gehen wir diesen Weg noch ein bisschen und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Das stößt aber ganz offenkundig auf Widerstände der nächsten Generation, die sagen, hm, das verbraucht möglicherweise unsere Zukunft. Dasselbe ließe sich sagen für das Thema Zoonosen, die wir gerade hinter uns gebracht haben. Wir haben einen, das hängt mit unserer Siedlungsform zusammen, die wir vor 12.000 Jahren eingeübt haben, da sind wir sesshaft geworden und haben Tierzucht angefangen zu betreiben. Und das bedeutet, dass wir relativ nah an Tieren leben, die uns zur Nahrung dienen oder, das wird ja Gegenstand einer der Vorlesungen sein, aber die jedenfalls sehr nah an uns leben, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Zoonosen entstehen, dass also Viren überspringen auf Menschen statistisch permanent steigt. So, wie gehen wir mit diesem Phänomen weiter um? Auch wieder Menschen-Natur-Verhältnis sortieren und was wir neu denken müssen, ist, welchen Teil der Natur wir überhaupt als Ressource bezeichnen wollen und was passiert, wenn wir Dinge aussortieren, wenn wir Dinge nicht mehr als Ressource sehen. Ich mache jetzt nur ein bisschen Werbung für die Vorlesung über, was ist im Strukturwandel eigentlich los? Da werden wir ja bestimmte Ressourcen, Kohle, aussortieren und sagen, das soll keine Ressource mehr für uns sein, so wie wir es schon mal mit dem Atomstrom gemacht haben. Also, das ist auch ein Lernprozess, den wir betreiben müssen. Fünftens, Digitalisierung, hat jeder schon gehört, bedeutet natürlich die Befreiung von einer bestimmten Art körperlicher Arbeit. Das ist das Versprechen von Arbeit 4.0, die aber einhergeht mit zwei Dingen. Erstens, einer intensiven Vernetzung. Sie können diese Fabriken der neuen Art nicht betreiben ohne massive Vernetzung. Diese Vernetzung bedeutet aber extreme Sicherheitsanfälligkeit. Und das Zweite ist, Daten werden immer wichtiger. Sie sind für manche Firmen nur noch eine Ansammlung von Daten, die Sie bitte liefern sollen. Das ist nicht schön, aber muss man anerkennen. Also, machen Sie jetzt Ihr Telefon aus, sonst werden Sie geortet. Wenn das alles so ist, dann müssen wir lernen, damit umzugehen, dass Daten genutzt werden. Dann können wir nicht nur einfach sagen, ja, davon profitiere ich, indem ich mal gucke, wie das Wetter wird, sondern müssen wir alle lernen, dass künftig Entscheidungen getroffen werden auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Wie wahrscheinlich ist es anhand der vorhandenen Daten, dass ein Ereignis, ein Zustand, eine Bewegung eintritt? Das ist eine andere Art, mit der Umgebung umzugehen, als wenn man sich darauf verlassen kann, dass der andere eine begründete Reaktion auf mein Verhalten, die aus Erfahrung stammt und die weniger mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat, betreibt. So, damit sind wir da durch. Ich erspare Ihnen jetzt nochmal die Rückkehr zur Globalisierung. Das ist ein Vorgang, von dem ich nur deutlich machen will, dass er natürlich weitergeht, aber dass Globalisierung nicht als homogener Prozess existiert, sondern dass Globalisierung aus einer Vielzahl von Globalisierungsprojekten besteht. Das ist das, was wir hier in Leipzig gerade intensiver erforschen und versuchen, Bücher zu schreiben, wie das französische Globalisierungsprojekt aussieht, wie das chinesische aussieht, wie das indische aussieht, wie das Globalisierungsprojekt der Autoindustrie aussieht, wie das Globalisierungsprojekt von Fridays for Future aussieht. Also das nur als, sagen wir, den Shift, den wir in dieser Globalisierungsideologie betreiben wollen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und will hier gleich zum Schluss kommen. Sie müssen keine Angst haben. Wir können Ihnen als Historiker die Blaupausen liefern, wie man Multikrisen bewältigt, denn es gab schon viele. Eine der schönsten ist die um 1800 und ich könnte jetzt sofort zwei Stunden Ihnen über diese Revolution erzählen und über die Eröffnung des fossilen Zeitalters. Das will ich alles einsparen, aber glauben Sie mir, es ist nicht die erste Multikrise und wir können aus der politischen Bewältigung dieser Multikrisen in der Vergangenheit wahrscheinlich relativ viel für die Gegenwart lernen. So, und das ist dann, sagen wir, die Take-away-Message. Was müssen wir tun? Erstens, wir müssen uns überhaupt bewusst sein, wie die Krisen zusammenhängen. Wir dürfen darüber nicht in Panik verfallen, dass es sie gibt, sondern wir müssen sehen, wie sie zusammenhängen. Und ich lade immer wieder zur Gelassenheit ein, denn das kann überwältigend sein, erst mal verschiedene Krisendimensionen zu betrachten. Aber die hängen alle miteinander zusammen. Die bestimmen alle unsere Zukunft. Die haben nichts, wo das Wegwünschen irgendwie helfen würde. Zweitens, das greift jetzt nochmal die Definition der einzelnen Krisendimensionen auf, wir müssen diese verschiedenen Lesefähigkeiten entwickeln. Das heißt, wir brauchen einen Umbau unserer Bildungsinhalte. Ich plädiere nicht für ein neues Schulfach Multikrise bewältigen. Gestern habe ich gelesen, so hat jetzt jemand gefordert, eine Schulfach Angstbewältigung. Habe ich mir schon wieder vorgestellt, wie die Mathematiker und die Sportlehrer Angst kriegen, dass die Angstbewältigung ihnen diese eine Stunde wegnimmt, die sie doch dringend brauchen, um irgendwas zu unterrichten. Also, das ist nicht das Anliegen, sondern das Anliegen besteht darin, dass wir den gesamten Schulinhalt überprüfen müssen, ob er tauglich ist für diese Krisenbewältigung und ob er die entsprechenden Lesefähigkeiten hervorbringt. Wenn der Geografieunterricht im Wesentlichen dazu beiträgt, dass die Leute weiter glauben, in territorialisierten Nationalstaaten zu leben, dann muss man ihn möglicherweise verändern. Wenn der Geschichtsunterricht die Idee propagiert, dass es gut sei, in nationalen Entitäten, Entschuldigung, Einheiten, sein Leben zu verbringen, dann ist er möglicherweise nicht tauglich. Wenn der Informatikunterricht nur dazu dient, Programmierfähigkeiten zu entwickeln und eben keine Lesefähigkeit für Datennutzung, dann muss man ihn überdenken. Naja, und schön wäre es natürlich, wenn das alles im Zusammenhang geschehe und nicht separiert, denn das ist eines der großen Geheimnisse oder einer der großen Unterschiede zwischen dem europäischen und dem chinesischen Verständnis dieser Krisenprobleme. Wir sind gewöhnt, für jede Krisendimension eine extra Disziplin einzurichten, anschließend ein Institut. Und wenn das Institut erfolgreich war, wird es eine Fakultät und bekommt ein Schulfach, klar. Ja, die Chinesen versuchen dem holistisch zu begegnen, indem sie diese Dinge versuchen in einen Zusammenhang zu stellen. Das ist manchmal mühsam, das ist auch manchmal hoch spekulativ, aber hat auch seine intellektuellen Vorteile. So, und die letzte Folie würde ich Ihnen nicht ersparen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ja, herzlichen Dank für den erhellenden Vortrag. Diese Begriffsdefinitionen, die Sie da gegeben haben, fand ich jetzt sehr hilfreich, um mal ein paar Sachen besser zu verstehen. Jetzt gibt es Möglichkeiten für Sie, Fragen zu stellen. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie hatten gesagt, es braucht neue Formen oder neue Ideen und Narrative für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, statt zum Beispiel der Berufung auf Nationalstaaten. Was wären für Beispiele, die Ihnen da irgendwie einfallen würden? Naja, ganz, also ich greife jetzt mal auf das Thema des letzten Festivals zurück. Da ging es um Klimasolidaritäten. Wir müssen doch offenkundig anerkennen, das zeigt auch die naturwissenschaftliche Forschung, dass vom selben Phänomen Menschen in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt betroffen sind und dass diese Betroffenheit möglicherweise zu einer gemeinsamen Handlungsbereitschaft führt. So ganz eklatant war das natürlich auf dem Gipfel 2015, wo sich mal die, sagen, Vertreter der Länder, die demnächst unter die Wasserlinie kommen, zusammengeschlossen haben. Ja, das ist ein besonders evidenter Fall. Aber natürlich haben Sie auch, sagen, den Zusammenhang zwischen den Gebieten, in denen deutsche Unternehmen produzieren und zum Beispiel Wasser verbrauchen, sodass dort kein Trinkwasser mehr vorhanden ist. Mit denen haben wir ja offenkundig eine Art Solidargemeinschaft, wenn wir uns das T-Shirt hier überstreifen, in dem das Wasser dann drin steckt. Diese Art von Solidaritäten ersetzen nicht, aber müssen parallel zu den Vergesellschaftungsformen, die wir vor Ort kennen, mitgedacht werden. Anderes Beispiel des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist sicher entlang von Familienlinien. Das ist etwas ziemlich Selbstverständliches für viele. Aber was bedeutet das eigentlich? Ein Kollege von mir aus Afrika sagte letztens, naja, er hat drei Töchter, einen Sohn. Die drei Töchter leben jetzt auf drei verschiedenen Kontinenten. Der Sohn ist ein bisschen schwieriger mit dem Schulabschluss. Deswegen ist er noch zu Hause, aber der wird demnächst auch weg sein. Er koordiniert also aus einer afrikanischen Stadt quasi das Sozialverhalten von Menschen in völlig unterschiedlichen Rechtssystemen, in völlig unterschiedlichen religiösen Kontexten. Die sind verheiratet jeweils mit Menschen aus diesen Regionen usw. Das heißt, Zusammenhalt in der Familie ist dann offenkundig anders zu organisieren, als wenn alle im selben Haus wohnen. Ich will auch gleich erklären, wofür der diesen Zusammenhalt braucht. Eine Tante von ihm war gestorben. Und selbstverständlich wurde die Tote zu ihm getragen. Denn seine Kinder leben ja in reichen Gegenden. Demzufolge ist er verantwortlich für die Beerdigung. Das heißt, seine Familie hat auch sofort erkannt, dass er in einer besonderen Situation der Solidaritätskonstruktion ist. Und damit wird man sich Stück für Stück arrangieren müssen. Ich fand es sehr eigentümlich, als vor kurzem hier die Idee aufkam, man wolle die Rücküberweisungen von Menschen, die hierher gekommen sind und die hier arbeiten, geringer halten, unterbinden oder was auch immer. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass man der Finanzindustrie wirklich auf die Schliche kommt. Das ist nur eine Frage, wie viel Gebühren die zahlen müssen. Aber der Punkt ist doch, das sind alles transnationale und transregionale Familienbeziehungen, deren Funktionieren wir einrechnen müssen. Sie sind Teil der Motivation, hier zu arbeiten. Sie sind Teil der Motivation oder sind Teil der Bilanz, die ich bei meinem Kollegen beobachte, zwischen dem, was ich hier verbrauche und dem, was ich überweise, zu unterscheiden. Also das sind Formen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die wir in unsere Überlegungen einbeziehen müssen. Und ich könnte jetzt endlos so weitergehen. Mir ist schon klar, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt der Menschen, die an einem Ort oder in einem Bundesland leben, weiter bedeutsam bleibt. Aber was mache ich denn in Aue im Krankenhaus, in dem am Abend 50 Prozent der Belegschaft in den Bus steigen und über die deutsch-tschechische Grenze verschwinden? Weil sie nämlich von dort kommen. Das heißt, dann muss ich die Lebensverhältnisse an dem Ort, wo diese Menschen abends wieder hingehen, natürlich in Rechnung stellen, wenn ich dafür sorgen will, dass dieses Krankenhaus weiter funktioniert. Da kann ich nicht einfach nur über die reden, die in diesem Krankenhaus behandelt werden, sondern ich muss mir Gedanken machen, wie ist die Straße beschaffen, dass die schnell nach Hause kommen, damit die gut ausgeschlafen haben, am nächsten Morgen wieder arbeiten können. Das sind Formen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die wir bisher wenig einplanen. Und ich gebe diese Beispiele alle nur, um zu zeigen, das ist in unserem eigenen Interesse. Das ist jetzt nichts, was wir aus schierem Altruismus machen, damit es die Menschen schön haben oder so, sondern es ist etwas, was zu unserer sozialen Realität längst dazugehört, dass unsere Krankenhäuser oder Pflegeheime abhängig sind davon, dass Menschen diese Solidarstrukturen jenseits des Territoriums, also des politischen Territoriums haben. Und darum kümmern sich ja auch ganz viele Menschen hier in diesem Land. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt der Erste bin, der über diese Phänomene redet. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es schon Lernstoff in der Schule ist, um sich darauf einzurichten, dass das mehr wird, bedeutsamer wird und von uns mitbedacht werden muss bei der Gestaltung der Zukunft. Sie sprachen es gerade an. Sie haben nicht den Eindruck, dass das Lernstoff in der Schule wird. Sie hatten das vorhin auch auf einer anderen Folie stehen, dass wir auch in der Schule die jungen Menschen darauf vorbereiten müssen, mit diesen vielfachen Krisen umgehen zu können. Jetzt sind wir hier ja im Tempel der Wissenschaft, formuliert das mal etwas in Anführungszeichen. Wie findet denn nun der Transfer statt hier von Ihnen aus von der Universität in die Schule oder zumindest in die, die die Lehrpläne machen, damit wir den jungen Menschen, die ja die Zukunft gestalten sollen, auf diese neue Zukunft vorbereiten können? Das ist eine zugegebenermaßen sehr schwierige Frage. Also erster Teil, Sie haben ja gesehen, das Thema ist relativ neu. Also was nach der Globalisierung kommt, ist keine Frage, die wir seit 30 Jahren erforschen und wo es jetzt schon das Lehrbuch dazu gibt. Das heißt, in allererster Linie ist unsere Aufgabe erst mal, solide Grundlagenforschung zu betreiben und etwas bereitzustellen. Das befriedigt Sie nicht, das ist mir klar, weil das nicht der Transfer ist, aber es gibt mir in dieser Gesellschaft zu schnell den Ruf nach Transfer, bevor das Produkt überhaupt da ist. Also erster Schritt. Zweiter Schritt, das ist unsere Aufgabe, diese Ergebnisse zu veröffentlichen. Das habe ich heute Abend hier versucht, mal in einem Medium zu machen. Natürlich gehören dazu Zeitungsartikel, Blogbeiträge, X, wie heißt das jetzt eigentlich? Also früher hieß es Tweets, sind das jetzt Xchen oder was muss man jetzt schreiben? Na, also Sie wissen schon. Und das nächste sind dann Lehrbücher, das nächste sind Einflüsse auf die Ausbildung von Lehrkräften. Also wir sind ja die größte Lehrkräfte ausbildende Anstalt in Sachsen und da hofft man, dass diese Themen Stück für Stück dort reinkommen. Man muss sich aber auch keine Illusionen machen über die Beharrungskraft. Also nichts ist doch hässlicher, als wenn ich meine Schulstunde für übermorgen verändern muss, statt die vom vorigen Jahr zu nehmen. Also ich will jetzt keine Lehrerschelte betreiben, verstehen Sie mich richtig? Ich muss ja auch manchmal mit meiner Zeit haushalten und erzähle den Studis vielleicht was vom vorigen Jahr. Aber das ist dann die nächste Schicht, durch die wir durch müssen. Und Lehrbücher, also Schullehrbücher schreiben, ist heute sowieso überschätzt. Ich glaube, das ist in meiner Generation war das Schulbuch noch die höchste Autorität. Das hat sich verändert. Im Klassenraum ist es eher der Lehrer, die Lehrerin als das Lehrbuch. Naja und dann hoffe ich immer noch, dass es uns gelingt, die Kids zum Konsum dessen, was wir produzieren, zu verleiten. Ja, also mit so einem Festival. Das ist ja unser Transferformat. Da versuchen wir, Leute mit dem Film anzulocken und hinterher in der Diskussion ganz schreckliche Dinge weiter zu erzählen, die in dem Film vielleicht gar nicht vorkamen. Also verrate Ihnen jetzt den Transfer-Trick, den wir da anwenden. Aber das ist hoch unbefriedigend. Wir sitzen den ganzen Tag in der Uni und sagen, wir würden gerne mehr machen, aber wir wissen auch nicht so richtig, wie, also mehr wirken, ja, nicht mehr machen, sondern mehr wirken. Und wie wir das ganz genau machen sollen, da sind wir auch, sagen wir, auf Ihre Nachfrage angewiesen. Und ich bin ja total begeistert, was Sie sich alles abends hier antun. Sie hätten ja auch irgendwie einen schönen Abend verleben können. Und das ist ja wieder ermutigend. Sorry. Ich finde das Thema hochspannend. Ich habe dann überlegt, einer der Aspekte, der hier eine Rolle spielt, ist ja, was Sie auch sehr, sehr schön beschrieben haben, dass unsere Gesellschaften immer komplexer werden, dass man heute über eine Straße gehen kann und immer mehr Leuten mit immer mehr Ansichten begegnet. Vielleicht kann man das so, ja, können wir uns darauf, okay. Dann ist mein Eindruck, dass es das ja eigentlich schon sehr, sehr häufig und sehr, sehr lange in Europa gegeben hat, zum Beispiel auf dem Balkan war es sehr, sehr lange so, dass die Leute sehr, sehr gut und sehr, sehr zufrieden gerade in so einem bunten Umfeld gelebt haben. Und dass einerseits die eine sehr, sehr hohe Kompetenz hatten, auch mit unterschiedlichen Sprachen umzugehen, mit unterschiedlichen kulturellem Hintergrund. Aber dass es trotzdem irgendwo so war, dass trotz dieser Kompetenz, die diese Leute ohne Frage hatten, und ich kenne viele Leute, die halt eben den Balkan vor der großen Balkankrise kennen, dass das trotzdem halt diese Gesellschaft doch sehr, sehr anfällig geworden ist und dass das irgendwann mal mit einem großen Knall explodiert ist. Können Sie vielleicht was zu diesen Anfälligkeiten sagen und wie man die, was da die großen Probleme sind und was man vielleicht auch aus so einer Situation wie dem Balkan oder so lernen könnte? Weil das sind ja die Dinge, die uns jetzt auch bewegen, dass wir einerseits sehen, dass es immer komplizierter wird oder immer komplexer wird die Gesellschaften, aber dass wir das, was dort passiert ist, einen riesengroßen Knall, wo sich das alles separiert und den wollen wir ja ganz bestimmt nicht erleben. Das mit dem ganz großen Knall, das ist ja auch wieder so eine Sache. Also so ganz plötzlich und unerwartet kommt das ja nicht, sondern Sie haben ja folgende Situation. Die eine Legende geht so, wir vermischen immer mehr Menschen, dann lernen die voneinander, sind fröhlich und alles wird gut. Das ist offenkundig nicht plausibel gegenüber historischen Erfahrungen. Liegt es jetzt am Vermischen oder woran liegt es? Und wenn Sie sich anschauen, also ich nehme jetzt mal, wenn Sie großen Knall sagen, meinen Sie eventuell die Jugoslawienkriege. Nur was ist da passiert? Da ist 10, 15 Jahre vor dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und der Tito-Dominanz ist eine Renationalisierung dieser Gesellschaften gelaufen, indem man gesagt hat, es würde den Menschen besser gehen, wenn sie das Gefühl entwickeln, dass sie gar nicht vermischt seien. Wer ist sie? Eliten. Also es waren kulturelle Eliten, Literaten, natürlich Politiker. Milosevic war ein Meister in dieser Renationalisierung, aber auf der kroatischen Seite hat es da auch ganz fröhliche Dinge gegeben. Dann hat man gesagt, wir müssen uns vorbereiten, dass die anderen uns demnächst überfallen wollen. Und dann entstand natürlich das große Dilemma für die Leute, die gesagt haben, sie sprechen Serbo-Kroatisch. Die mussten sich auf einmal entscheiden, ob das Serbisch oder Kroatisch ist. Das heißt, wir haben es immer mit der Erfindung von separierten Identitäten zu tun. Das meinte ich vorhin mit den radikalisierten Identitätspolitiken. Und die beobachten wir ja heute in unserer Gesellschaft auch. Dass immer mehr Menschen glauben, es würde ihnen besser gehen, wenn man sich von den anderen abgrenzt. Und darüber ist man durchaus in der Lage zu vergessen, wie vermischt man selber ist. Also meine Lieblingsanekdote ist der Leipziger Landeshistoriker Rudolf Kötschke, der sich wirklich gut auskannte in der Geschichte der Sachsen. Und da kam eines Tages ein Brief aus Berlin 1936. Er möge doch bitte ein Gutachten schreiben, dass hier nur Germanen gesiedelt haben. Und dass von einem slawischen Einfluss keine Rede sein könnte. Das hatte nämlich in Westdeutschland funktioniert. In Bonn gab es ein vergleichbares Institut. Und das hatte tatsächlich diese Expertise geliefert, dass dort nur Germanen gelebt haben. Und die Welschen waren da weit weg. Und Kötschke antwortet, also das sei eine ehrenvolle Aufgabe und er würde dieser Bitte sehr gerne nachkommen. Aber leider, leider, leider sei schon an den Ortsnamen hierzulande ablesbar, dass die Menschen in Tschaschelwitz ganz offenkundig keine germanischen Ursprünge haben. Das heißt, er hat das Naziregime noch einigermaßen gerettet vor genau diesem Mythos. Hier gibt es keine Durchmischung und auf die können wir dann diese separierende, ethnisierende Politik gründen. Aber natürlich gelingt das überall, wo Sie hingucken. Wir müssen doch nur die Zeitung aufschlagen oder wie machen wir heute durch die Zeitung scrollen, dass man feststellt, da ist es wieder jemandem gelungen zu sagen, wir sind ganz anders als die da. Und demzufolge müssen wir jetzt zu den Waffen greifen, müssen wir uns abgrenzen, müssen wir aufpassen, dass wir die von uns wegschieben. Und das ist eine, das meine ich mit Literacy. Also Sie können diese Literacy auch so umdrehen, dass die Leute lesen, sie gehören zu separierten Einheiten, sind von völlig unterschiedlicher Qualität. Und dann beginnt es, ihnen Angst zu machen, wenn sie in der Straßenbahn neben jemandem sitzen sollen, der als fremddesigniert ist. Und insofern passiert da nichts auf natürliche Weise, sondern es passiert alles durch konkrete Aktionen von konkreten Menschen. Und denen muss man entgegentreten, würde ich jetzt sagen, wenn man den Knall verhindern will. Man muss aber auch anerkennen, dass die Leute, das ist immer meine zweite Botschaft, dass die Leute von diesen Auseinandersetzungen tatsächlich gestresst sind. Also ich kann das jetzt nicht noch durch Dramatisierung der Gegenpositionen besonders plausibel machen. Dann kann es sein, dass jemand durchdreht, weil er sagt, das ist mir zu viel. Die reden den ganzen Tag auf mich ein, was ich machen soll. Das ist so ein bisschen die gefährliche Geschichte. Erziehen Sie einfach alle Ihre lieben Verwandten zu Toleranz und der Feststellung, dass sie mindestens genetisch so was von vermischt sind, dass es keinen Sinn macht, sich eine separate Identität zuzulegen. Ich wollte noch mal zurückkommen auf Ihren Vortrag. Was kommt nach der Globalisierung? Das ist ja das Thema des Vortrags gewesen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, beantworten Sie diese Frage mit nach der Globalisierung kommt die Globalisierung. Also Sie gehen davon aus, dass es schon immer Globalisierung gab und immer Globalisierung geben wird. Sie hatten aber auch in Ihrem Vortrag ausgeführt, dass es eben viel Kritik, gesellschaftliche Kritik an der Globalisierung gibt. Und da fragt man sich ja, warum gibt es diese Kritik? Und meines Erachtens liegt diese Kritik daran, hatten Sie auch angesprochen, dass diese Globalisierung mit Neoliberalismus verbunden ist, das heißt mit fehlender Regulierung. Also es wird nicht genügend reguliert. Und insoweit gleiten hier quasi in eine Gesellschaft ab, die unreguliert und man könnte fast schon sagen naturalistisch daherkommt. Also das Recht des Stärkeren gilt etc. Und darum wird dieser Begriff der Globalisierung auch kritisiert und meines Erachtens auch zu Recht. Und dann hatten Sie noch angeführt, oder haben Sie den Begriff der Multikrise eingeführt. Und ich finde, dieser Begriff der Multikrise verwischt einiges. Also was ist denn ein Zweck, eine Krise als Multikrise zu verstehen? Und ich finde, das ist eine Art von Politikversagen und auch von Versagen von wahrscheinlich auch Wissenschaftlern, einfach sich diesem Problem nicht zu stellen. Weil meines Erachtens ist Problembewusstsein und das Lösen von Problemen ein Zeichen von Intelligenz. Und wenn Probleme nur geschoben werden und nicht gelöst werden oder eine Lösung zugeführt werden, dann sind die auch meines Erachtens kritikwürdig. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen, aber ich möchte auf zwei Differenzierungen hinweisen, die ich versucht habe in diesem Vortrag rüberzubringen. Erstens, das, was man in den 90er Jahren Globalisierung genannt hat und was Sie jetzt mit Neoliberal und so weiter charakterisieren, ist nicht die Globalisierung. Sondern Globalisierung ist ein viel längerer historischer Prozess, der sich immer wieder verändert. Und der war nicht neoliberal im 15. Jahrhundert. Der war auch nicht neoliberal als sozialistische Globalisierung der 70er Jahre. Also das ist die erste Differenzierung. Und ich glaube, dass wir heute in einem anderen Abschnitt der Globalisierung leben oder beginnen zu leben, als in den 90er und 2000er und vielleicht Beginn der 2010er Jahre. Insofern glaube ich, dass diese Kritik, die an dieser früheren Auffassung oder an diesem früheren Modell von Globalisierung geübt worden ist, inzwischen ziemlich ins Leere läuft. Also sie ist politisch nicht mehr nützlich. Weil sie etwas kritisiert, was längst gar nicht mehr da ist. Wenn Sie sich die amerikanische Industriepolitik anschauen, dann ist sie das ganze Gegenteil von neoliberal. Sie ist in einem hohen Maße protektionistisch und sozusagen auf politische Gewinne aus. Und es hilft überhaupt nichts, diese alte Kritik sozusagen ständig zu wiederholen. Und das ist meine erste Differenzierung. Also einfach Globalisierung ist ein ganz langer Prozess und bitte nicht verwechseln mit der Globalisierung, die in den 1990er Jahren beschrieben worden ist. Die zweite Differenzierung, die ich knapp nur angerissen habe, ist die zwischen Globalisierung als einem historischen Gesamtprozess und Globalisierungsprojekten völlig unterschiedliche Akteure. Und ich will Ihnen jetzt nicht den Teil der Vorlesung nachliefern, den ich da ein bisschen übersprungen habe. Aber es ist doch ganz klar, dass das Globalisierungsprojekt der USA in den 1990er Jahren ein komplett anderes ist als das Chinas. Und insofern komme ich dann auf Akteure und nicht auf Globalisierung als anonymen Akteur, der irgendwas Schlimmes macht. Und ich glaube, das hat zur Folge, dass wir uns bei der Kritik auf die Kritik von konkreten Globalisierungsprojekten stützen müssen. Darauf müssen wir achten. Was dazu geführt hat, dass die Franzosen in Westafrika inzwischen keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen, hat zu tun mit einer massiven Kritik von afrikanischer Seite an dem französischen Globalisierungsprojekt, insbesondere in dieser Region. Das ist aber ein völlig anderes, als es Deutschland hat. Das ist auch ein anderes, als es Russland hat, um jetzt nicht zu sagen, da gibt es gut und schlecht irgendwie auf der einen oder anderen Seite, sondern offenkundig gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgreiche und weniger erfolgreiche Globalisierungsprojekte. Und wenn Sie sagen, die Globalisierung müsse so und so beschaffen sein, dann ist das Ihr intellektuelles Globalisierungsprojekt. Ich vermute, Sie haben keine Armee hinter sich und Sie haben keine Finanzmittel, um das umzusetzen, aber Sie haben eine intellektuelle Kraft, sich eine bestimmte Globalisierung vorzustellen, für die Sie eintreten. Und Sie sind ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der diese Vision hat. Die unterscheidet sich aber von dem, was wahrscheinlich Herr Lavrov sich unter Globalisierung vorstellt. Und was ist jetzt erfolgreich? Ist es erfolgreich, wenn jemand das tut, was ich mir wünsche? Oder ist es erfolgreich, wenn er, Sie, Ihre Ziele durchsetzen? Das ist eine intellektuelle Frage, die wir uns stellen müssen. Aber die Globalisierung ist weder erfolgreich noch unerfolgreich. Die passiert einfach zusammengesetzt aus ganz vielen verschiedenen Globalisierungsprojekten. Und die kann ich politisch kritisieren, aber erstmal muss ich sie akademisch analysieren. Ich glaube, das ist der Trick, mit dem wir für die Zukunft besser vorankommen. Ich kann es auch noch brutaler sagen, wir haben in der Vergangenheit Globalisierung mit US-amerikanischer Politik verwechselt. Da einen bestimmten Teil der US-amerikanischen Politik, um ganz präzise zu sein. Und es ist ja vollkommen in Ordnung zu sagen, ich kritisiere die amerikanische Politik. Es ist weniger präzise, wenn man daraus macht, ich kritisiere die Globalisierung, ohne eigentlich genau zu sagen, was man damit meint. Also ich bin gar nicht so weit von Ihnen weg. Ich versuche nur, diese beiden Differenzierungen durchzusetzen, weil die, glaube ich, helfen, die Kritik auch neu zu justieren, um zu sagen, wogegen bin ich wirklich? Was irritiert mich massiv? Wogegen? Wofür bin ich? Denn zweifellos gibt es ja auch Globalisierungsprojekte, die dem einen oder anderen hier im Raum extrem sympathisch sind. Also die Klimaschutzbewegung ist möglicherweise nicht in gleicher Weise der Kritik unterworfen wie die Trumpsche Außenpolitik. Und das ist eben auch ein Globalisierungsprojekt. Das ist vielleicht nicht so mächtig, das hat nicht so viel Soldaten hinter sich, das hat nicht so viel Kapital hinter sich, aber es hat vielleicht eine große Zustimmung in weiten Teilen der Welt hinter sich. Und jetzt müssen wir gucken, wie entwickelt sich so eine transregionale, transnationale Bewegung? Können die ihre Ziele klar formulieren? Sind die überzeugend? Schaffen die es, sagen Wahlen, auch zu beeinflussen und sich langsam durchzusetzen? Oder ist das etwas, was auch wieder an Stellenwert und Durchsetzungskraft verliert? Ich weiß, das irritiert immer die Leute, wenn ich mich auf so eine Position begebe, wo ich sage, ich beobachte das, ich schaue mir das an, wie erfolgreich die sind, ich will die gar nicht normativ in erster Linie bewerten, sondern ich gucke mir an, wen gibt es da so alles auf der Welt, der die Welt auf seine Weise globalisieren will. Und dazu gehören wir natürlich als Universitäten auch. Und ich hoffe, Sie finden unser Globalisierungsprojekt sympathisch. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank natürlich an Sie und auch an unser Auditorium und die Diskutanten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.